Folge 10 am Start. Nein. Doch. Ich bin Helikopterschütze. Interessant. Ich dementsprechend wahrscheinlich nicht. Richtig. Das ist ja gut zu wissen. Ich bin dein großer Bruder. Ich bin dein großer Bruder. Ich bin dein großer Bruder. Genau war auch mein Gedanke. Eine schlattende Scheiße von vor 10 Jahren oder so. Die man aber nie aus dem Kopf bekommt, weil man sie damals noch irgendwie gut fand. Aus unerfindlichen Gründen. Ich könnte mich dafür heute noch schlagen. Ja, ja, ja. Explosiv-Mini. Minigun, Blackhawk, Helikopter. Räumen Sie den Weg frei. Das klingt ja spannend. Ja. 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 Warte auf anderen Spieler. Äh, ja. Schwarzer Bildschirm. Warte auf anderen Spieler. Blinkt auf. Ich bin gerade bei Obda. Obda fertig. Obda. 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 Ah, du fliegst da vorne. Okay, ist klar. Ich habe sieben Minuten Zeit für was auch immer. Ja. Ja. Ach, das spielt ja hier mit diesen komischen Vorgärten. Ja. Wow. Wow. Wird die ganz supporten, aber ich habe keine Ahnung. Nee, ich gebe hier aber vor. Nee. Alter, hier ist voll die Party. Hilfen mir. Genau. Aber nicht mich abschließen, bitte. Alter, ist sie voll. Du hast mir sein Geld. Das ist von mir die meisten Gegner sehen, äh, stehen so beschissen, dass ich die überhaupt nicht treffen kann. Ist dem so? Ja, ja. Weil die halt unter dem Heli rumgimpen oder sowas, weißt du? Ja, ja. Alter, ist hier voll voll. Ich, nee. Ich bin dort. Nee. Ich bin viel zu schnell vorgerannt. Ich hasse Maps mit Zeitdruck. Da gehe ich immer volles Risiko. Ja, oh. Sam hier. Deshalb bin ich auch im Heli und du nicht. Äh, nee. Moment. Andersrum. Ach, keine Ahnung. Nee, war schon richtig. Du bist ein Arschloch und ich nicht. Ja, richtig. Du bist ein Arschloch und dich nicht. Ich glaube, das war's, was ich sagen wollte. Ach, du bist doch blöd. Au. Sie wirften ja Granaten auf die Entfernung. Ist der irgendwie dumm? Ich bin tot. Hahaha. Wie gut. Ach, wir... Also drei Gegner habe ich geschafft. Das war schicht, doch so viel. Zum Start erstmal auf dich schießen, weil ich's kann. Ja, vielen Dank. Bitte gern geschehen, macht Spaß. Das glaube ich dir sogar. Wollt's einfach mal hinten hin, gucken, ob da irgendwer stirbt. Ja, ich sterbe. Alter, sind das viele. Wo kommen die auf alle her? Ich hab keine Ahnung. Tu was gegen sie. Mach ich ja. Tu mehr gegen sie. Ja, wenn ich welche sehe, tu ich was gegen sie. Was tut denn der da so blöd drumstehen? Versucht, sich hinterm Baum zu verstecken, stimmt. Alter. Alter. Ja. Ich bin hochkonzentriert. Ja, ich auch. Ich versuche nicht zu sterben. Ich sehe keinen einzigen Gegner. Verdammt, Scheiße. Komm hier gerade wieder. Ah. Die sind neben mir gespawnt. Das ist so... Ich hasse nicht das Spawnsystem. Das ist richtig wohnso, ne, ja. Die sollen gefälligst von Anfang an da sein. Mann. Alter. Hast du verdient. Ich bin direkt mal komplett rot, du Arsch. Ich war es gar nicht. Hust. Du bist doch scheiße. Die Verbindung, das ist ein Verbündeter da unten. Schütze kam jetzt ungefähr 10 Minuten zu spät. Oh, war zwar fast tot, aber... Ich habe mit meiner AK, danke. So. Jetzt habe ich eine AK, vielleicht kann ich damit ein bisschen mehr rotzen. Die schießen mich gerade... Wenn ich mir Hedy drehe, kann ich auch mal wieder schießen. Die da drüben gehen mir auf den Sack. Ja, ich würde gerne drauf schießen, wie gesagt. Aber Hedy muss sich drehen und das macht der... ...ganz gemütlich und langsam. Klar, sie kommen gerade wieder. So, wie ich will. So. Ah, da hinten haben wir noch wen. Sind gerade wieder ein paar mehr geworden. Aber das sieht jetzt aus und zuerst mal besser aus, als alle rumpumpten. Besser aus als vorher, richtig. Richtig, danke. Ich habe es heute irgendwie nicht so mit dem Reden. Ja, ich auch nicht. Ich habe es schon ein paar Mal mitbekommen. Ich habe es nicht so mit Spieletiteln. Ich wechsle die ganz gerne gerade. Wir sind schon hier, wir sind schon hier. Das ist eine Munitionskiste, das ist eine Munitionskiste. Ja, schon aufgenommen. Wie in der... Würde ich gerne supporten, nur ich sehe nichts. Ich sehe ganz viele Gegner. Wo? Unten in der Barrikade. Ja, jetzt bin ich auch bei der Barrikade angekommen. Machst du put. Da sind sie doch, also an der Barrikade. Nö. Barrikade ist offen. Ja, da schießen wir noch Gegner auf mich. Ja, auf mich auch. Barrikade ist offen? Nee, irgendwie nicht, ich muss hier hinten lang rennen. Ja, klar musst du hinten lang rennen, aber Barrikade ist frei. Ja. Komm, also auch, kommen ganz viele rein. Die Frage ist jetzt eher, wie ich die da hinten rauskriege. Ja, ich habe eine Anstelle in die Luft gejagt, ne? WTF? Ich versuche gerade nicht drauf zu gehen. Ja, gebt dein Bestes. Da ist irgend so ein Auto. Ja, ja, es explodiert, wie du vielleicht gesehen hast. Ja, habe ich. Ah, das bist du. Okay, dann schieße ich jetzt mal nicht auf den. Die müssen einfach mal falsch rum sind. Eigentlich, wir waren ja vorhin schon bei diesem Burger-Ding. Ja, das stimmt. Wir laufen gerade sozusagen in die falsche Richtung. Fährt mir gerade mal so auf. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, hätte es nicht gesagt, muss ich sagen. Ich dachte, es wäre erwähnenswert. Ich renne jetzt einfach rüber. Pass auf, der überfährt dich. WTF? Der ist... Ja, man läufst doch einfach vor den feindlichen Wagen, Mann. Ich habe ihn nicht gesehen. Du läufst los und einfach drüber... Der ist einfach rüber dich drüber gefahren, der Wegshoher. Merken, Kinder, bevor ihr die Straße rübergewehrt, immer nach links und rechts guckt, es könnte ein Panzer kommen. Richtig. Ist wichtig, ist wichtig. Scheiße, Alter. Alter, deck mich am Arsch. Es lief gut. Ja, bis zu dem einen Punkt, schau... Ey, dreh dich weiter, du dummer Hedin. Wie ich den einfach nicht gesehen habe. Gibt es aber gar nicht. Da kam extra die Warnung. Warte, du, Konvoi auf dem Weg oder so. Der Sohn ist tot. Warum? Er wurde vom Panzer überfahren. Kommt gut, kommt gut. Warum läufst du zurück? Wollt die Waffe angucken. Wenn nicht brav bist, schieße ich auf dich. Halt noch. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ach, die hat eine Schrotfinte unten drunter. Fuck, Alter. Hä? Zu viele Gegner. Zu viele Kugeln gefressen. Achso, das schon was Ernstes. Ja, bleib sonst erstmal ganz entspannt liegen. Ich kann ja so ein bisschen clearen, sofern der Hedi sich jetzt wieder halbisch schwebt. Den Bim-Bam baumeln lassen, meinst du? Was ist? Erstmal den Bim-Bam baumeln lassen. Ja, ja, richtig. Na, wo sind sie? Pass auf, das Auto ist exploriert. Naja, macht ja nichts. Seien sie mich alle in Ruhe lassen, soll mir das recht sein. Ja, verständlich. So. Ein Reifen. Ah, ich hasse die Barrikade. Na, ich bin jetzt an der Barrikade. Mach sie weg. Ich warrikade dürfte frei sein. Dürfte? Okay, ich bin durch. Ah, Gegner. Gibt's hier nicht eine AK mit irgendwas Sinnvollem als Aufsatz? Ach, zum Beispiel Granatwerfer. Nee. Brotpunkt. Achso. Würden mir ja schon reichen. So, einmal aufräumen bitte. Danke. Was geht bei dir da hinten so? Ich rotze hier gerade alles weg, was mir in die Quere kommt oder auch nicht? Ist dem so. Der erste Truppentransport, den du bis jetzt noch nicht ignoriert hast. Ich bin jetzt schon hier vorne. Ich seh's, ich seh's. Pass auf, ne? Kommt gleich wieder einer. Nicht einfach über die Straße laufen. Da sind sie. Mach du mal. Nice. Zweiter. Der fährt durch. Ja, ich komme nicht hinterher. Der Hedi ist zu langsam. Ich fahre über die, ne? Du fährst über die Straße, ja. Zu Fuß, versteht sich. Habe ich sogar vorher nach rechts und links geguckt, nicht. Hat sich ja gelohnt. Ich dachte nicht. Diesmal wurdest du nicht überfahren. Trotzdem. Trotz allem. Das ist ein Vorteil. Da ist er. Wer ist wo? In die Luft geflogen. Auf dem Dach sind welche. Man sollte ja vorhalten bei Lauflands hier, ne? Aber vielleicht nicht so viel. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Was? Ich geh drauf. Eintreffer, ich bin tot. Pass auf auf dem Dach. Ja, ich lade gerade nach. Oh, danke. Ich muss in das Fuck-Haus rein, ne? Ich glaube schon, ja. Ich bin im Haus drin. Du kannst mir jetzt glaube ich... Oh, fuck. Hier ist voll. Ja, drinnen kann ich ja leider keinen Feuerschutz geben. Oder auch mal etwas derartiges. Nein! Das Dach ist frei gerade. Ne, hier unten nur nicht. Das Dach aber. Ich kletter. Weil ich einfach mal reinrotzen soll. Ne, ne, ich bin oben. Ah, gut. Ich seh's. Ja, ja, ich bin hier. Munitionsküste. Gelangen Sie zum Helikopter. Hopp, hopp. Geht nicht. Wo denn? Geh weg. Oh, ich bin drin. Ich weiß. Kann ich mal auf dich schießen. Ja, ich bin jetzt auch im Heli. Ich weiß. Ich sag's, ich kann nicht mal auf dich schießen. Ich seh dich da. Guck mir nur die Weltgeschichte an. Du schaffst das schon. Ah, herrlich. Ja klar, ist das jetzt das Ende? War aber klar. Delta-Hinsätze freigeschaltet. Und nach diesem stressigen Abschnitt verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.